Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch erklären werden, wie man eine Blutentnahme mit einem Butterfly durchführt. Viel Spaß! Schaut gerne auf unserer Website unter medi-no.org vorbei. Dort bieten wir einige Skripte unter anderem zu den Skills-Videos, zum EKG-Kurs und zur körperlichen Untersuchung an. Zu Beginn ist es wichtig, sich mit den Materialien vertraut zu machen und sich alles zurechtzulegen. Schauen wir uns einmal gemeinsam an, was für eine Blutentnahme nötig ist. Man sollte sich ein paar Handschuhe, Klebeband, Desinfektionsmittel, am besten in einer Sprühflasche, zwei bis drei Tupfer, ein Butterfly, je nach Selbstvertrauen auch zwei, die Blutentnahme-Röhrchen, einen Stauschlauch und einen Abwurf bereitstellen. Absolut notwendig, aber dennoch häufig vergessen, ist die Identifikation des Patienten. Wenn ihr das Zimmer zur Blutentnahme betretet, solltet ihr die Daten auf dem Blutentnahme-Röhrchen mit den Patientendaten abgleichen. Hierzu solltet ihr die Patienten bitten, euch den Vor- und Nachnamen zu nennen. Der Abgleich kostet zwar ein paar Sekunden, aber ihr werdet selbst nach einiger Zeit merken, wie viele Verwechslungen hierdurch vermieden werden. Ihr solltet alle Röhrchen abgleichen, denn bei der morgendlichen Vorbereitung können die Monovetten auf dem Tablett auch einmal durcheinander geraten. Anschließend solltet ihr euch das Bett entsprechend hoch einstellen oder euch mit einem Stuhl zum Patienten setzen. Das erspart euch Rückenschmerzen und kann die Beziehung zu den Patienten und Patientinnen stärken. Der Patient sollte liegen, um Synkopen zu vermeiden. Vor der Entnahme solltet ihr einmal erklären, dass ihr gerne eine Blutentnahme durchführen würdet und welche Blutwerte abgenommen werden. Der Patient sollte in jedem Fall gefragt werden, ob er mit der Entnahme einverstanden ist. Denn eine Blutentnahme stellt im juristischen Sinne eine Körperverletzung dar, die in jedem Fall einer Aufklärung und einer Einwilligung bedarf. Um nun die beste Vene zu finden, sollte man den Stauschlauch anlegen. Hierdurch wird der venöse Rückfluss verhindert, die Venen füllen sich und treten hervor. So banal es wirken mag, aber auch beim Anlegen des Stauschlauches gibt es das ein oder andere zu beachten. Während ihr den Stauschlauch anlegt, solltet ihr einen Finger zwischen den Verschlussmechanismus und den Patientenarm legen. So verhindert ihr, dass ihr die Haut der Patienten einklemmt und der Stauschlauch nicht zu eng wird. Nun folgt einer der wichtigsten Schritte, der viel Erfahrung benötigt. Die Auswahl einer geeigneten Vene für die Blutentnahme. Hierfür solltet ihr beide Arme von der Ellenbeuge bis zur Hand absuchen. Es empfiehlt sich, die Vene nicht nach reinen visuellen Kriterien auszuwählen, sondern die Venen zu tasten und zu fühlen. Geeignete Stellen sind die Ellenbeuge, der Unterarm, aber auch der Handrücken. Venen fühlen sich elastisch und komprimierbar an. Sie schimmern bläulich durch die Haut. Arterien sind nicht komprimierbar und pulsieren. Sehnen sind sehr hart und nicht komprimierbar. Daher sollte man immer fühlen. Wir haben ein zweites Video zur Blutentnahme mit vielen wertvollen Tipps hochgeladen. In diesem gehen wir nicht nur auf die Auswahl der besten Vene ein, sondern verraten euch zusätzlich viele weitere Tricks. Habt ihr nun eine passende Vene gefunden, solltet ihr die Stelle gut desinfizieren. Hierzu mehrfach die Vene besprühen und das Desinfektionsmittel je nach Herstellerangaben für 15 bis 30 Sekunden einwirken lassen. Nun solltet ihr die Stelle nicht mehr berühren. Nun kommen wir zum wesentlichen Teil der Blutennahme, der Punktion. Hierzu solltet ihr Handschuhe tragen und das Butterfly aus der Verpackung holen. Es empfiehlt sich vorab schon mal die Monovette an das Butterfly anzuschließen. Nun könnt ihr das Butterfly mit Daumen und Zeigefinger an den Flügeln halten. Achtet hierbei unbedingt darauf, dass der Schliff nach oben zeigt. Mit dem Daumen und dem Zeigefinger der anderen Hand empfiehlt es sich, die Vene nach Distal zu ziehen und die Haut zu straffen. Hierdurch kann die Vene nicht wegrollen. Anschließend erfolgt die Punktion in einem 30 Grad Winkel. Wenn ihr durch die Haut seid, könnt ihr den Winkel etwas abflachen, um die Vene nicht zu durchstechen. Wenn es für euch einfacher ist, könnt ihr das Butterfly auch direkt in einem flachen Winkel in die Vene führen. In der Praxis hat dies keinen wesentlichen Nachteil und ist am Anfang häufig einfacher zu handeln. Wenn ihr die Vene getroffen habt, sollte sich der Schlauch des Butterflies mit Blut füllen. Habt ihr daneben gestochen, könnt ihr die Position der Nadel auch noch vorsichtig adjustieren. Nach erfolgreicher Punktion gilt es die Röhrchen zu füllen. Hierzu einfach an dem Plastikstift an den Monovetten vorsichtig ziehen, bis dieser einklickt. Den Stift kann man nach dem Einrasten abbrechen. Achtet auf die korrekte Reihenfolge der Röhrchen. Viele weitere Tipps und die entsprechende Reihenfolge findet ihr auf unserem Instagram-Channel. Das grüne Röhrchen sollte unbedingt bis zu der markierten Stelle gefüllt werden, da sonst keine korrekte Auswertung erfolgen kann. Vor dem Ziehen des Butterflies solltet ihr den Stauschlauch öffnen. Achtet beim Ziehen darauf, euch nicht zu stechen. Die meisten Butterflies haben eine Sicherheitsvorrichtung, die man nach vorne über die Nadel schieben kann. Als kleiner Tipp könnt ihr ein paar Tupfer über die Einstichstelle legen und anschließend mit zwei Fingern das Sicherheitscap fixieren. Nach der Funktion gilt es die Stelle zu komprimieren und den Tupfer mit etwas Klebeband zu fixieren. Zu guter Letzt solltet ihr den Müll entsorgen und die spitzen Gegenstände in einem gelben Container abwerfen. Ja, das war das Video zur Blutentnahme mit einem Butterfly. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und ihr könntet etwas für eure Praxis lernen. Bis zum nächsten Video. Und zum Ende noch ein kurzer Haftungsausschluss, denn uns ist wichtig, dass ihr wisst, dass diese Videos primär für Studierende gedacht sind. Wir können leider keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen geben. Wir hoffen, euch hat das Video gut gefallen und freuen uns, euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.